Na, wer oder was bist du denn? Gestatten, Nala. Weltweit sind weniger als 3% aller Rentiere weiß. Doch auf einer Alm im Nahetal ist bereits zum zweiten Mal ein weißes Kalb zur Welt gekommen. Die sind nicht nur süß, sondern auch extrem selten. Erst im Mai 2018 wurde der weiße Mika geboren. Und ja, was ist die Lieblingsbeschäftigung eines Neugeborenen? Richtig, schlafen.